der trägt die rundherum dabei könnte er da verdammt noch mal rausgehen was ist das für ein einer immer wieder zwei jetzt haben sie aber zu tun hier hoch da kommt woher kommst ja und auch ein jäger rammt nicht geblockt so jetzt das können wir auch wieder einen schönen fahrt anlegen ein jäger sucht vergeblich nach jagd wild könnte länger dauern wenn du danach suchst bettens auch abkürzen können ansonsten irgendwie so okay andere musik anders teil an der wissen das war noch nicht gemacht wieso denn das was sind wir für priester immer nur 0 wieso ach da kommt erst ach so die haben ein bisschen länger wohnen 9 von 9 7 von 9 die haben ja auch mit der metzgerei hier das ist ja so eine wurstpresse die kann man hier warte mal in die raum zu geht das so ein schlechtes beispiel können wir zum anderen hier da ist schön gesetzt da kann man da rumschauen die haben hier auch so ein bild das sieht man ja schon das schaue das schwein hier ja sie wird halt sich im kopf bauch und hintern so ne so das das ist ja eine keule hier da der herr der herr der verarbeitet ist ja 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 schlachten genau neben schafes sehr gutes beispiel sie sogar geräusche cool die sind gleich aus geschoren oder nicht geschoren naja 3 von 9 was brauchen wir hier noch nur noch aufzusteigen nur noch aufzusteigen wo haben wir unseren das ist aufgebraucht was ist schon wieder 2 von 3 boah das geht echt schnell heute echt verdammt schnell hm ein jäger sucht vergeblich nach jagd wild wir müssen schon 2 bauen weil naja ihr seht schon die müssen 18 liefern und da hat hier eine kapazität von 9 also 9 plus 9 geht ja bekanntlich 18 wenn ich richtig gerechnet habe ansonsten schreibt mir unten in die kommentare bei naja ihr wisst so kopfrechen und so naja nicht meine stärke ansonsten lasst es einfach das ist nicht gleich die nein noch nicht noch nicht weil ich muss nicht das liefern das 18 jahrt was gehört nicht uns Blüh. Der war auch. Können wir hier noch eine Zucht hin machen? Schafe. Ich glaube, ihr habt da einen Titel, der gut zu meiner Größe passt. Nein. ach müsste ja komm mal hin jetzt gehst du noch ins violette und kauft noch in zwei schafe verdammt hmmm was fruchtbaren bohnen ist ja oder hat drei seit man 9 von 9 und 6 von 9 die brauchen das auch wollteilung brauchen sie nicht aber haben nicht alles weil ja auch der herr hier das nicht ausgebaut hat richtig und der arbeit hier auch schon strengst dran wo kann denn hier den dritten arbeiten nur zwei oder bin ich da hier ist ja ein platz der zweite ist da der dritte ist an diesem dienster oder ein jäger sucht vergeblich also eins zwei drei der weg das weberat der webstuhl und Prozent Prozent anziehen sie wohl richtig oder 1 2 3 muss ich wirklich erwähnen dass meine Dienste für euch auch entlohnt werden sollten genau es arbeitet ja niemand die arbeiten zusammen ja da kann ich jetzt abreißen hier ist ja gut verdammt 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 äh naja ein bisschen zu viel hingetan und noch eine Runde da haben wir ein bisschen viel Wolle und Wolle ist gut kommen die Herren hier wohl na die sind auch unterwegs ich glaube schon dass sie unterwegs sind und die nicht uns einfach hängen lassen sonst wäre das Infrarot auf höchsten Niveau mach mal hin ich will ja nicht mehr arbeiten gehen ich glaube es war falsche Ansage arbeiten gehen na muss man wo aber tun ja ja ich arbeite hier so ein auch eine Nadel so eine fette Nadel und so nein von euch wir können das schicken ein Karren wurde ausgesandt und dann gehts mal zum Landfuß ein neuer Titel ist deiner Heldensage würdig einem Schafhirten fehlt es an Schafen die kommen schon noch Junge macht nicht gleich in die Hose lieber Klose die sollten jetzt eigentlich mal auf dem Weg irgendwo sein ach guck mal die Hasen an die Hasen sind nicht im Hasenbau sondern auf dem Klo da habe ich für ein Scheiß ok die Kirche soll mal ein bisschen ausgebaut werden ähm schön 3, 2 und hier Essen ist genug vorhanden da können wir irgendwas mal verkaufen ein Karren wurde ausgesandt 4 und 50 Tonnen ne 4 und ich habe nur heute oder so ist Essen naja heute sich einer 90 Gold cool ey komm die Schafe endlich hier an oder was ist denn los ach hier guck mal an 1,2 und dann kommt der nächste hier irgendwo da ist nur eins hier sind 5 da sollten 10 sein 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ach mein Freund die Kleidung die ihr geschickt habt kam gerade recht in der großen Höhle westlich von hier leben riesige schwarze Bären diese wilden Bestien sind mit großem Hunger aus dem Winterschlag erwacht und bedrohen nun unser Dorf in der Nähe der Höhle ist eine Feuerstelle wenn ihr dort ein Feuer entzündet könnt ihr die Bären ausräuchern ok wir räuchern die Bären einfach mal so aus die lieben Bären ok was haben wir hier ok wir benutzen die Feuerstelle juhu schon unterwegs ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild ach so wie ist die Feuerstelle komm mal her du verdammter Tor da da kommen wo die Bären aus ein Karren wurde ausgesandt geht doch mal fix hier wir haben auch schon 10 Kleidung wieder also es geht bergauf und hier kommen die nächsten Schafe die haben Arbeit richtig gut ja sehr toll haben wir echt auch die hier da hinten ne sehr gut sehr gut sind es 4 ja es sind ein bisschen Nachzügler hier unterwegs sehr langsame die haben es aber gut hier die Wimtschweine was sind das hier wieder ja die Wimtschweine holz kommen wohl langsam aber sicher an was haben wir hier oben außenposten ach das ist unser von unseren netten Kollegen nebenan vom Dorf Solveshum oder so ähnlich kommen die an hier und machen eine Feuerstelle 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 Na gut sind wir gleich angekommen gehen wir mal weg ansonsten wirst du hier verfeuert Das Feuer brennt das wird die Bestien aus ihrer Höhle treiben Vorsicht sie werden wütend sein dann gehen wir lieber nach Hause wenn die wütend werden die wilden Bestien sind aus ihrer Höhle gekommen ihr müsst sie besiegen und unser Dorf beschützen mach ich doch gerne für euch der ist halt als wir verdammt bisschen geliefert verdammt ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild naja auf jeden Fall richtig toll ein Becker macht Mekka so überall richtig gut drin hier sind ja hier 3 genau und der auch sehr schön belassen hier aber die läuft richtig gut haben wohl auch ok 9 zu 18